Uah, der kommt ja direkt schon wieder und ich sollte mal lieber mein Schwert ziehen. So, komm her, Kumpel. So, Kombo, Kombo, Kombo. Ihr hört schon wieder mein Maus-Gesmashing hier. Ui, aber diesmal geht's ja richtig gut. Hab ich ja mal voll aus der Verteidigung gehauen. Ich sollte meinen Ton ein klein wenig neiser stellen, ist mich ein bisschen laut. Hab ich beim letzten Mitschnitt gehört. So, ja, mutiertes Herz eines wahren Haarball. Durchhaltevermögen plus 20%. Einen Ring, ein Söldnerschild und einen Dreikanter. Uh, ich habe nicht mehr so viel Platz im Inventar frei. Aber ich sollte mal ganz schnell, bevor wir hier weitermachen, ich hab doch ein paar Bücher bekommen, die sollte ich doch mal lesen. Äh, Ausrüstung verbessern, Steine schmieden. Das, äh, hilft mir jetzt gerade nicht so viel weiter. Aber ihr habt ja immer wieder in den Kommentaren geschrieben. Genau, Skillbuch habe ich hier ein paar rumliegen. Zum Beispiel der Brandpfeile. Genau, äh, Taste 4 Brandpfeile. Lachen wir direkt mal. Haben wir mal eingerichtet. Das heißt, wenn ich jetzt auf mein, äh, Waffenset mit dem Bogen wechsle, kann ich jetzt mit der 4 Brandpfeile schießen oder was? Skillfreigeschaltet Brandpfeile. Ah, hab ich jetzt auf der 3. Okay. Bin ja mal gespannt. Weil da unten haben wir jetzt ja noch so ein paar Jungen. Die wollen wir ja hier fertig machen. Diesen Warn da zum Beispiel. Und so ein Brandpfeile, der macht doch bestimmt so derben Extra-Damage. Hahahaha. Okay. Äh, nicht so viel Extra-Damage, wie ich gerne hätte. Aber, äh, ich kämpfe jetzt gerade gegen 3. Das ist irgendwie derbe uncool. Aber, wenn ich den jetzt so ein bisschen zu mir ranlocke, so zum Beispiel, dann, äh, sollte ich mal ganz schnell, äh, das Equipment wieder wechseln. Oh, oh. Da ist wieder so ein komischer Stromputzi. Und noch ein Warzenschwein. Ja, das zum Beispiel aber, äh, nicht ganz so stark ist. Och, Mensch. Jetzt kommt hier was zur Hölle. Alter, wir sind diese Ameisen hier bitte schön drauf. Oh, wir sind schon wieder gestorben. Okay. Äh, das machen wir dann wohl nochmal. Eine, äh, sehr seltsame Stelle hier. Na, ich will absteigen. So. Dann nochmal der, das mit den Skillbüchern. Ähm, okay. Gut, also das mit dem Brandpfeil, das können wir gleich wieder neu hin. Oh, tu schon wieder hier. Ah, diesmal blockt er ein bisschen besser ab und will hier warten, bis ich meine Kombos zu Ende fahre. Aber blocken, blocken kann ich auch. Und so. Am Blockbrecher. Oh, da kommt wieder das blöde Warzenschwein an. Oder ist das irgendwie dieser Magier, der das Ding herzaubern kann? Weil ich finde jetzt gerade schon wieder ziemlich viel Leben hat, aber beim letzten Mal hat es doch besser funktioniert. Okay. So, fehlt bloß noch jetzt der Bogenfuzzi da hinten. Kurz mal mit einem Trank hochgeholt. Okay, er rennt weg. Äh, ist ja kein Bogenfuzzi, ist ein Zauberfuzzi. Und er kommt wieder. Da ist nochmal so ein Warzenschwein. Und da kommt auch diese blöde Ameise gerade an. Also sieht irgendwie gerade nicht ganz so schick für uns aus. So, das Warzenschwein kriege ich noch fix, ähm, mit Pfeil und Bogen hier weg. Ah, was mache ich gegen diese Riesenameise da? Ja, die frisst doch wieder gar keinen Schaden. Oder vergeht die sich gerade an meinem Pferdchen? Äh, ich versuche jetzt hier mal von der anderen Seite zu kommen. Allerdings, ich müsste mal ganz schnell, äh, da ist, da ist die Riesenameise. Was sie da macht, weiß ich zwar auch noch nicht. Aber sie ist aber auf alle Fälle da. Da unten. Ah, sie kam nicht an dem Stein vorbei. Aber ihr seht, ich kann die hier... Aber vielleicht ist bei der der Brandschaden ja ganz, äh, gut. Deswegen schnell mal gewechselt und auf die Vier das Skillbuch gelegt. Äh, Brandpfeil aktiviert und... Okay, der Brandpfeil bringt gegen dieses Vieh hier leider nichts irgendwie. Aber ich weiß noch nicht, wie wir gegen dieses Ding kämpfen sollen. Schnell mal ein Schnellspeichern anlegen. Nicht, dass wir jetzt hier wieder gleich den Sterbenden machen. So, ich kann ja mal versuchen. Mal so ein bisschen hier auf... Boah, ihr seht, das Ding macht mich echt voll fertig. Und groß blocken kann ich da natürlich auch nix. Also mit meinem Blockbrecher... Äh, ich komm schon ein bisschen vorwärts. Aber ihr seht, das geht hier echt alles gar nicht. Und ich kriege mehr Schaden, als ich Heilmöglichkeiten habe. Vielleicht werden wir uns noch so ein bisschen ranschleichen. Ne, ich bin gerade noch im Kampfmodus. Und jetzt bin ich ja sowieso schon verloren. Deswegen lade ich mal lieber, um... Äh, wenigstens... Äh... Genau, hier ist mein Speicherstand. Um wenigstens noch volles Leben zu haben. Das ist jetzt echt gerade eine sehr doofe Situation hier. Mit diesem blöden Vieh. Deswegen gehe ich hier mal lieber weg. Und wechsel... Ich habe mir das still noch das Kraut mitgenommen. Habe ich irgendwas, was ich ganz schnell zusammenwerfen kann. Aus dem ich etwas mixen kann. Ich hätte... Äh... Präzision, Stärke... Mh... Ne, nur Präzisionszeug, aber... Na gut, ich hätte hier ein bisschen Kraut, was ich mixen könnte. Aber der Rest ist nur auf Mana. Oder auf... Naja, kleinere Sachen. Das heißt, ich muss jetzt hier erstmal ohne überleben. Was haben wir hier noch für ein lustiges Kraut rumstehen? Ja, verlängert nur Dauer. Ich habe Gesellschaft. Na, jetzt von hier oben könnte ich da nicht theoretisch die so ein bisschen wegsnipern. Das geht aber auch nur so semi-gut. Ah, aber ein bisschen Schmutz mache ich von hier aus. Und er kommt nicht an mich ran. Das ist gut. Ah, nee, jetzt kommt er hier so ein bisschen hochgelaufen. Aber ehe der da ist, habe ich ja zum Glück schon... Äh, oh, verdammt. Oh, das falsche Waffenset angelegt. So, jetzt wieder hier. Da, zack, 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 zack. Ja, so schnell, Junge, wirst du fertig gemacht. So. Ich bekomme von dir deinen rostigen Spieß. Ich bekomme einen Ring. Ich bekomme ein Herz. Ja, sehr gut. Ich könnte jetzt schon fast einen neuen Trank bauen, aber ich warte lieber noch. Leg lieber noch einen Speicherstand an. Er weiß hinten gerade auch nicht, was er so gerade gegen mich tun soll. Oh, oh. Jetzt habe ich hier mehrere von denen auf dem... Aber... Ja, das war jetzt nichts. Ich glaube, da muss ich mich wahrscheinlich anschleichen. Äh, lieber schnell mal... Äh, den Speicherstand geladen. Hm, 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 hm. Ja, wo bist du denn jetzt hier? 3, 6. Ähm, 3, 10, da bist du. Ist ein reines Speicherstände nachladen hier gerade. Aber es ist manchmal wirklich besser so, als dann hier elendig zu krepieren. Außerdem habe ich da nämlich die Möglichkeit, mich so ein bisschen zu schleichen. Um mich hier von hinten... Oh Gott, das sind ja 4 von dem Burschen. Die haben mich auch schon gesehen. Äh, shit, da ist noch ein Magier. Ah, wie mache ich das jetzt hier so am schlauesten? Ja, ich sollte erst mal versuchen, wieder ein bisschen was, äh, für Leben zu bekommen. Weil, wenn ich zwischendurch Tränke trinken kann, dann geht das ja. Aber ohne wird das hier eine ziemlich doofe Sache. Kann ich von hier jetzt so ein bisschen versuchen. Naja, für ihn da hinten reicht's. Der weiß gerade nämlich noch nicht so ganz, wie ihm geschieht. Wundert sich nur. Äh, verdammt, ey, ich werde ständig von Pfeilen getroffen. Ey, aber mal mich umsehen und zu gucken, woher sie kommen, ey. Nee, das mache ich nicht, ey. Und Bruder Zaubertack hier, der kriegt jetzt auch so ein bisschen die Fresse dick. Nee, kriegt er nicht. Scheiße ist das. Okay, ähm, naja. Aber ich habe ein bisschen was gerissen. Nämlich Erda, der ist beinahe tot. Darauf kann man ja auf jeden Fall aufbauen, so. So. Okay, äh, jetzt fühle ich mich, wo jetzt gerade seine Kumpels sind. Die sind da. Jetzt muss ich gegen zwei kämpfen. Okay. Oh ja, der hat auch noch die derbe Axt dabei. Ah, nee, da. Scheiße, Scheiße. Ich kassiere, ich kassiere. Oh, da ist noch einmal ein Rhinoceros. Oder ein Rhinoceros. Der hat keine Ahnung. Ich gucke jetzt gerade gar nicht, was das ist. Äh, oh, ich habe noch einen Heiltrank dabei gehabt. Sehr gut. Wenn ich dich jetzt töte hier. Ein Nas, du, nicht Nas von mir. Boah. Oh, 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 oh. Du merkst gar nicht, wie ich hier auf die Frau smashe. Ich muss einen Extraschaden mit dem Blockbrecher machen. Vielleicht droppt das Nas von irgendwas Schönes, woraus ich Heiltränke herstellen kann. Denn ich muss auf jeden Fall noch ein Stückchen stärker werden. Denn ansonsten komme ich dagegen diese Jungs nicht unbedingt durch. Aber ich könnte auch anfangen, meine Waffen zu zerlegen, um dann meine jetzigen noch zu verstärken. Das könnte ich natürlich machen. So. Nee, für dich wäre es mal auf alle Fälle geschehen. Das war zum Glück nicht schwer. Das ist gut. Und ich bekomme von dir, ändert die Wirkung des Tranks. Aha. Okay, das bringt uns jetzt also eigentlich gerade, gelinde gesagt, gar nichts. Das heißt, wir zerlegen ganz kurz mal ein paar Gegenstände. Das Schild hier nicht unbedingt. Aber wir können, ich könnte hier hier einmal zerlegen. Wir könnten hier dieses Schild. Oh, dieses Schild ist so, gar, naja, das ist für Hiebe. Machen die jetzt Hiebschaden? Ich weiß es nicht. Ich behalte es mal noch. So, zerlegen. Zweimal Holz. Zerlegen. Zerlegen. Ähm. Ein paar Kurzschwerter, die mir nichts bringen. Oder, bringen die mir was? Naja, ich hab ja eh mehrere davon. Nö, bringen mir eigentlich fast gar nichts. So eine höhere Angriffsgeschwindigkeit. Wobei, wenn wir sie vielleicht ein bisschen upgraden, das könnte man einmal probieren. So. Ah, ich hab noch so einen lustigen Hammer. Der mir auf jeden Fall eine derbe, äh, eine derbe Hiebwirkung gibt. Vielleicht ist das ja sogar gar nicht mal schlecht. Jetzt hier mit so einer Hammer zu... Ui. Ah, Dual-Wield. Ui, schön. Da kann ich ja Doppelschaden machen. Das ist vielleicht jetzt gar keine so schlechte Sache. Aber, was ich ja eigentlich machen wollte, war ja meine Waffen upgraden. Das bedeutet, den Spalter hier, den möchte ich ganz gerne, äh, einmal aufwerten. Genau, dann macht der noch ein bisschen mehr Schaden. Das ist super. So, dann haben wir hier meinen lustigen Hammer. Den können wir ja auch mal aufwerten. Macht der auch noch ein bisschen Schaden. Nochmal aufwerten. Geht das? Ja, geht auch nochmal aufwerten. Sehr schön. Ähm, wie sieht's aus mit meiner... Ähm, hab ich euch jetzt eigentlich aufgewertet, oder? Weil ich hab es da nicht auf OK gedrückt. Schmieden. Ah, ne. Der geht nicht mehr, weil da fehlt mir der nötige Skill. Ach, guck mal, hier ein Helm. Zack. Helm könnte man ja auch mal aufsetzen. So, dann können wir hier bestimmt noch meine Rüstung verbessern. Mit ein bisschen mehr Schutz. Ja, da fehlen mir jetzt leider dann die Rohstoffe. Das heißt, es wird jetzt bei den anderen leider fehlen. Sieht mit dem Helm aus. Ja, da fehlt mir leider noch das Leder. Da müsste ich noch ein paar Sachen zerlegen. Allerdings, äh, ja. Hilft mir nix. Okay, ich bin jetzt ein bisschen besser ausgerüstet, wenigstens. Das heißt, ich kann mich hier jetzt nochmal dran probieren. Ich hab jetzt mal so eine komische Hiebwaffe. Ich hab eine Stichwaffe. Und ich kann auf jeden Fall nochmal einen Trank herstellen, sehe ich gerade. Deswegen stellen wir ins Inventar gesprungen. Genau, und zwar... Zack, zack. Ne, nur einmal bitte. Und dann das Herz. Da können wir doch schon mal was draus herbrauen. Ein Durchhaltetrank. Ach so, schade. Hm. Okay, das war jetzt... Ah, ich hab auch Durchhaltevermögen. Äh. War natürlich jetzt schlecht. Dann muss ich jetzt hier beide Kräuter reinmachen. Genau, da kommt jetzt ein... Ein Mana-Trank raus. Bin ich jetzt doof, oder was? Das war doch jetzt... Ach, das waren Mana-Punkte. Oh, ich bin jetzt aber wirklich gerade... Jetzt haben wir hier... Das ist für Wunden. Aber leider haben wir jetzt, äh, das... Das, äh... Das Herz nicht mehr. Von dem Waren. Na gut, dann müssen wir uns noch ein neues Warenherz besorgen. Schöne Aussichten. Hi, Jungs. Oh! Oh, shit! Boah! Ach, nein! Hilfe! Ihr gebt's mir zu hart. Ich hätte grad abspeichern sollen. Deswegen renne ich jetzt mal schnell weg, äh, in die Hände des Waren, des Nashorns. Also, ich renne jetzt immer grad voll in die richtige Richtung. So, aber... Den Waren dann, den könnte ich erledigen und mir einen Trank herstellen. Mann, das wird ja eine ganz schöne Fummelaktion. Äh, dass ich hier mal wirklich, äh, zu was komme. Oh, ich glaube, den Waren da... Oh, man, 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 man. Ja, irgendwie... Ich soll das hier freikriegen, aber das ist echt gar nicht so leicht. Dann schnappen wir uns erstmal diesen Waren da hinten. So, gehen wir so, wir schleichen's mal von hinten an. Wir machen jetzt hier mal auf die Schnelle. Und verdreschen ihn. Was auch ganz gut ist, denn... Oh, nö! Ey, diese Ameisen, die regen mich hier grad echt ein bisschen auf. Boah, jetzt kommt da so eine blöde Ameise und ich bin tot. Wie soll ich da diesen Waren erledigen? Wie soll ich da diesen Waren erledigen?